Willkommen zur allerletzten Folge des Sparks 7 Rock the Island Contests powered by PULS4. Die 15 Plätze, die es im Rahmen des Contests zu gewinnen gab, sind vergeben. Die Bands und Künstler, die gewonnen haben, werden zwischen 27. und 29. Juni beim Horagen Wiener Donauinselfest live auftreten. Der Weg für die Bands dorthin war allerdings ein steiniger. Einige Jurywertungen und vor allem die Final Auditions mussten überstanden werden. Die Besten vom Online-Moting mussten gegeneinander antreten. Und wer sich da durchgesetzt hat, das schauen wir uns jetzt an. In der Rock-Pop-Kategorie gab es keine Final Audition. Hier hat eine hochkarätige Jury die Besten 5 ausgewählt. Mit dabei auf der Donauinsel sind Tasha und Band, Yellow Frame, Fanatic Bastards, You, die wir schon vom Rock the Island Contest in Café PULS kennen. Und Jimmy and the Goofballs. Und das war auch schon wieder der heurige Spark 7 Rock the Island Contest powered by PULS4. Ich wünsche allen Gewinnern natürlich einen großartigen Auftritt beim heurigen Wiener Donauinselfest. Ich möchte mich sehr herzlich bedanken bei allen Menschen, die involviert waren bei diesem Projekt. Und wer weiß, vielleicht sehen wir uns ja im nächsten Jahr wieder. Bis dahin, alles Liebe und machen Sie es gut!